Grüßt euch Leute und herzlich willkommen wieder zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Mein Cutter Ibo war mal wieder auf TikTok unterwegs und hat für mich, explizit für mich, ein paar Clips von TikTok wieder auserwählt. Kann das Kondom überlaufen? Ja, das kann ja mal was werden. Ich hab gelernt, wie man eine Banane mit zwei Bissen isst. Das war der erste. Ja, hoffentlich gehen die Clips heute nicht nur in die Richtung. Hallo? Ich kenne Videos, die laufen da ein bisschen anders ab. Ich glaube, da gibt es auch eine Kategorie, die heißt Duck. Aber es kann nicht sein, dass es sich heute nur um Frauen handelt. Ibo, bitte, hattest du Druck da unten? Oder, keine Ahnung, aber kommt was noch Normales? Bruder, das Video soll nicht entmonetarisiert werden. Ey, das kann doch nicht sein, Ibo. Ob das wirklich klappt? Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah bei einem... Ibo? Wo bleiben die Clips, von denen ich vielleicht auch mal was lernen kann? Ja, so bleibt der Ring auch sauber. Ah, 993.000 Likes. Auf TikTok sind wohl ein paar Ibo's unterwegs. Ich will doch nur einen normalen Clip haben. Alter, Ibo! Der Lockdown tut dir, glaube ich, gar nicht gut, Bruder. Ein dickes F in die Kommentare für den gefallenen Bruder. Mach's gut. Und somit verabschiede ich mich heute auch vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schreibt einen Kommentar wieder für den Algorithmus. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. 2021 ist unser Jahr. Kuss geht raus! Mua!